sondern auch auf einer anderen Säule, nämlich den, wie heißen die, Killerzellen, glaube ich. Das heißt, wenn man sich infiziert und Symptome entwickelt einer Krankheit, dann kommen diese Killerzellen zum Einsatz und machen uns wieder gesund. So, und jetzt will man uns erzählen, dass wir ohne Impfung nicht immun sein können. Also absolut verrückt. Ihr könnt euch gerne informieren, Prof. Surahit Bhakti ist da sicherlich einer derjenigen, der da auf der aufträgerischen Front unterwegs ist. Vielen Dank.